Das Schloss, dem wartet er auf uns. Oder auch nicht. Vielleicht kommt er uns auch entgegen. Das ist nett von ihm. Willkommen in meinem Kastel. Ich liebe dich herzlich, mein Son. Okay, genug mit den Jokes. A Joke? Du nicht mich erinnerst, Travis. Ich bin dein Vater, dein Vater. Der Blut macht solche Fehler. Jeez, du bist voll von dir, nicht wahr? Das ist eine gute Geschichte. Ich gebe dir das viel. Du siehst, das ist nur eine Geschichte. Selbst wenn du mein Vater warst, es geht nicht. Die einzige Sache, die hier interessiert, ist, wer ist besser. Remember, son. Engraved into your memory is the night when everything changed. I fell to my feet right before my son's eyes. Do you not remember this? In my deepest memories, I hear someone calling. I remember. It was a hot summer day. There was someone standing behind my father and mother. That person killed my parents. The face, I can't make it out. Who are you? Remember. Who are you? Try harder. I think I can see it. Almost. Do you recognize the face? Now I remember everything. Well done, son. She was the girl you loved. You're still as gullible as ever, Travis. Think. Why would he be your father? I guess you're right. I don't have a father. At least not anymore. You killed him, didn't you? Yes. And that's why you became an assassin. To kill me. Now I get it. All those fights. It was for this. I lost everything that I ever cared about. That bitch took everything. I can help you to get even. She's a good con artist, that's for sure. She set up some killer fights. So you and I finally meet. You should think Sylvia. Jean. There's just one thing I want to ask you. Who are you? Me? You don't need to know. All of your trivial questions will be answered in the afterlife. Answer me! It's impossible. Impossible? What do you mean? It's too terrible. It alone would jack up the age rating of this game even further. So what? Who cares? What if the game gets delayed? You don't want this to become no more heroes forever, do you? All right. I'll fast forward this so you can tell me. Okay. I'll make it short and quick. You are my half-brother. You know that manga called Miyuki? The Japanese one? Well, it's like that. Your father abandoned my mother to run off with your mother. It broke her heart beyond compare. She killed herself. Knowing I had nowhere to go, he took advantage of me. Ever since I can remember, she molested me. We lived in this rotten apartment, and I was his slave. Every day, I cursed his soul. I swore that I would kill him one day. The cursing didn't change anything. That's when I decided to become a killer. With no money to pay for training, I paid with my body. But to you, I bet that son of a bitch look like a hard-working family man. That was all an act. He didn't do two shits about cleaning up my life. So I decided to clean it up myself. That's why I do what I do. Then I got what I wanted. Cheering him in front of your very eyes. That's my story. Imagine that. You and I. Brother and sister. Now you see what I've been through? Maybe it had to be done. But vengeance begets vengeance. You're right. Go ahead. Draw. Brother. All of your sorrows end today, Gene. Okay. Holy shit. Wie wollen wir gegen die kämpfen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Yeah. Okay, hier gibt's bestimmt irgendeine Strategie, die ich nicht verstehe. Die weichen all meinen Schlägen aus. Da war ein Treffer. Ein Treffer. Immerhin. Shit. Shit, ey. Damn it. Shit, mein Schwert wird auch noch leer. Das ist ja super. Oh Gott, ich bin immer schlimmer. Ich weiß wirklich nicht, wie ich gegen die kämpfen kann, voll. Aha, oh shit. Dammit. Ich dachte, jetzt habe ich sie. Dammit. Gibt es echt mich? Oh shit. Oh shit. Dammit. Ich versuch's. Aber ich weiß nicht mehr, wie. Ah, dammit. Ich darf sie echt nicht greifen. Okay, ich habe meine Lektion gelernt. Nicht mehr greifen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, das ist der Runde vorbei. Hi, Jillycon, Karnfix, wie geht's? Und hallo, danke fürs Hosten! Ah, dammit! Du musst be burning. I'm the last one. Nein, schnell! Okay. Ah, dammit! I'm the last one. Come on! Dammit! Das gibt es doch nicht! Du bist so gross! Come on! Das ist doch nicht so gross! Oh Gott, wenn ich das mache! Das schaffe ich die erste Runde besser! Warum stehen wir nochmal auf? Wir sind tot! Joa, dankeschön auf jeden Fall, falls du es noch hörst! So, jetzt aber! Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, die erste Runde war ganz okay. Das war's für heute. 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 Und ich... Das war's für heute. 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 Ja! So, dann haben wir jetzt unsere Schwester getötet, die unsere Eltern getötet hat. Aber Darth Vader hat uns anscheinend einfach nur belogen, oder? Few ending, few real ending? Ich weiß, few real ending würde ich sagen. Es ist endlich vorbei. Kann der Mann nicht ein bisschen Privatsphäre bekommen? At least, wenn er einen Dumpf genommen hat? Ich bin sicher nicht. Diese Wunschungen funktionieren nicht so. Es ist Zeit, zu sterben, Herr First Rankin. Du musst mich schreien! Willst du mit dem? Ich werde außerhalb sein. Das war knapp. Danke. Wir können doch den geheimletzten Boss machen, das haben die anscheinend verändert für die Switch-Version. Was ist das, wenn du dich selbst und all die, die du getötet hast? Sehr cool. Sehr cool, dass das geht. Aber den habe ich noch nie geschafft. Muss ich gleich dazu sagen. Ich kann nicht mehr sehen, dass du mit deinem Schmerz-Version anstattest. Ich kann nicht mehr sehen, dass du mit deinem Schmerz-Version anstattest. Dammit, was soll ich machen? Der verliert kaum Lebensenergie und ist irre. Der verliert kaum Lebensenergie und ist nicht so, dass ich mich nicht mehr schlafen kann. Der Hauermodus, der Busch... Was ist mit dem los? Der ist so irre. Ich hasse ihn. Ich kann dir nicht nur den Schaden sehen, du wirst dich scheitern. Das ist so crazy. Okay, warte mal. Wenn das alles ist, dann habe ich glaube ich ne Taktik gefunden, die funktioniert. Naja, mehr oder weniger. Na komm, mach was. Na komm, mach was. Na komm, mach was. Okay, wenn sich da nichts ändert, kriegen wir das hin. Vielleicht nicht jetzt, aber dann beim nächsten Mal. Stopp! Ja, ja, ja! Stopp! Das, was ich mir nicht behaupte, wenn das passiert, aber gut, ok. Ich kann nicht wagen, dass du deine witzige Schau hast! Stopp! Okay. Lebensenergie. Das ist so crazy. Mir tut schon der Finger vom Visier an. Visierknopf weh. Nee, 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 nee. Vergiss es. Du fängst an. Versuch's Seinen! Der Herr! Ich bin ein Mann. Du bist jetzt auf die Pflegeberie. Ich bin ein Mann. Wie ist das hier? Fie bull mit zwei? Ich bin ein Mann. Das ist so schön. Ich hasse es, wenn du das machst. Hab ich leider vermasselt. Hab ich leider vermasselt. Ich kann da nicht schnell genug ausweichen, das ist furchtbar. Oh shit, oh das ist ganz schlecht. Das ist jetzt wirklich ungünstig. Puh, Gemeinheit. Ich will nicht mehr ausweichen. Hey, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Was ist das? Hau doch ab mit dem Blödsinn. Macht euch nicht den blöden Mufel dauernd. Er ist blöd, den mögen wir nicht. Dammit, warum kriege ich das nicht hin? Dammit. Dammit, jetzt bin ich ihm in die Falle gegangen. Nein, hau doch ab mit dem Blödsinn. Ich hasse dich. Ich hau dich immer noch nicht. Vergiss es. Dammit. Das wär's gewesen, aber ich hab leider... Ich konnte nicht ausweichen. Das wurde wirklich noch mal spannend, ja, aber echt. Holy shit. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt schon vorbei ist, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt da noch was. Ich kann's be serious. All this time, you didn't realize. What are you talking about? I'm your twin brother. What the hell? Das ist das craziest shit I've ever heard. Why would you bring up something like that at the very last minute of the game? I would have thought you and the player would have at least expected a twist of fate of some kind. What? And hey, where's Sylvia anyway? She disappeared without a trace. Where the hell is she? You mean my wife. What? Why? Yes, you know. Spouse. Soulmate. Henry's wife. Get the idea? When did you two get married? Oh, about ten years ago. Yeah, that's right. Because we were both in college at the time. Oh, shit. All news to me. I'm gonna need shock treatment to get over this one. I'm sorry for all the trouble my wife has caused you. Forgive her. She caused me some trouble, all right. But it helped me clear up a lot of things. Ah, you know how women are. Especially my wife. A really big spender. Yeah, she knew my income wasn't enough, so every now and then she'd just disappear. She's a bad wife. But a good woman. What? Are you telling me that you and her... Oh, come on. But Travis, my brother, we're similar in many ways. You're right. Suddenly you being my brother doesn't sound so awkward. Let me ask you. How do you plan to put an end to all of this? Wait a sec. You want me to tie up all these loose ends? I don't think so. You're the protagonist. I'm just a cool, handsome foil who happens to be your twin brother. Hate to say it, but it's your job. I want to bail. But where the hell's the exit? There's no way out, is there? No getting out. Right, bro? That's right. All we can do is keep running. Then let's find that exit they call paradise. Let's go! Ende. So wie's aussieht, sterben beide. Nach dem Move da jetzt. So ist das eben manchmal. Hey, find ich voll cool, dass man in der Switch-Version schon nach dem ersten Mal durchspielen den letzten geheimen Bosskampf wählen darf. Weil normalerweise endet's quasi, nachdem der Kerl die Knotür auftritt und sagt, so, wir kämpfen jetzt. Und dann ist zu Ende. Und das ist das geheime Super-Ende. Das kannte ich bisher auch noch nicht. Also ich hab's mir mal angeguckt, aber ich hab's nie selber erspielt. Ich hab den Bosskampf erspielt, aber den hab ich damals einfach nicht geschafft. Was vielleicht auch an der Bewegungssteuerung der Wii hat, legen, mögen oder so. Und jetzt... Accomplishment! Yeah! Freut mich! Coolio! Coolio! Immer noch ein cooles Spiel. Hat mir immer noch und wieder echt viel Spaß gemacht. Ähm, No More Heroes hat einfach so einen abgedrehten, bescheuerten, witzigen und bizarren Style. Das ist sehr einzigartig, was das angeht. Und... Äh, ist immer noch ein cooles Spiel. Ähm, das Charakter-Design finde ich auch wirklich sehr cool und im Spiel. Und das ist ja, ich hab's glaube ich schon mal erwähnt, äh, im Grunde ein, äh, ein japanischer Künstler, der mit No More Heroes, glaube ich, zum ersten Mal für ein Videospiel-Designs gemacht hat, der dann aber zu Nintendo gekommen ist und für Fire Emblems die Charakter-Designs über viele Jahre hinweg gemacht hat. Eigentlich alle DS-Teile bis zu Three Houses jetzt. Das glaube ich nicht mehr, aber ich bin mir nicht sicher. Und... macht aber natürlich immer noch die No More Heroes Sachen. Genau. Hey Ratze, hallo, wie geht's? Ja, genau. Cooles, stylisches Spiel. Gefällt mir immer noch echt gut und freue mich jetzt echt schon auf den Zweiten. Ich weiß aber nicht, ob wir den heute noch anfangen, wegen einer halben Stunde. Naja, doch, machen wir. Stein, wo, wobei, ne, es wäre so ein schöner Cut jetzt und... es wäre so ein schöner Cut jetzt und, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau, und nächsten Dienstag ist ja erst mal wieder Mario-Stream. Es geht erst übernächsten Dienstag wieder mit No More Heroes weiter. Da wäre es fast schöner, wenn wir jetzt, glaube ich, Schluss machen und dann nächste, übernächste Woche wirklich frisch mit dem zweiten Teil starten, glaube ich. Ist schon besser. Und Ratze, bist du auch so zufrieden wie ich mit deiner Xbox Series? Weil ich habe es vorher im Stream schon gesagt, ich bin echt sehr zufrieden mit dem Ding. Das ist einfach eine super, super Konsole für super wenig Geld oder verhältnismäßig wenig Geld, sagen wir lieber, die echt über alle möglichen Komfortfunktionen verfügt und einfach ein stabiles, cooles Ding ist. Ohne irgendwelchen Schnickschnack, ohne irgendwelche Gadgets, die man nicht braucht oder so. Einfach cool. Ich bin super zufrieden und etwas gestresst von Resident Evil gerade eben. Hä? Von welchem Resident Evil? Hast du aus dem Games Pass den siebten gespielt, oder wie? Ich finde den siebten nämlich krass, gruselig und anstrengend. Ich konnte das nie lange am Stück spielen. Ja, ich finde es halt jetzt schade, irgendwie, wenn wir den zweiten jetzt wegen einer halben Stunde starten und dann zwei Wochen Pause machen. Da starten wir lieber wirklich beim nächsten Mal. Ja, das war mir eben etwas zu viel mit dem Terror-Opa. Ja, Resident Evil 7 kann es sehr stressen, ist aber ein sehr cooles Spiel, finde ich. Lohnt sich, weiterzuspielen. Wenn du dann nach einer gewissen Zeit mal ein paar Waffen in deinem Repertoire hast, ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Dann kann man sich wehren. Aber das ist schon, das stresst schon ganz schön. Bin ja gespannt, wie das im achten mit den Wehrwölfen wird. Mal schauen, ob noch eine Hidden Seed kommt. Aha. You like this painting, don't you? Hmm. Let's go, Gene. Okay. Ich weiß. Too bad, there won't be a sequel. Hahaha. Aber dann kommt doch ein Sequel. Das ist auch bei Resident Evil 7 finde ich echt cool, weil quasi die Baker-Familie auch immer und immer wieder auftauchen und immer wieder die Bosse und Hauptgegner im Spiel sind. Das ist wirklich ein cooles Konzept. Die haben dann schon auch noch so Pilz-Zombies eingeführt. To be continued. Damit es nicht so, also damit es so Kononenfutter gibt, aber im Endeffekt ist die Baker-Familie der Hauptfeind in dem Spiel und das ist echt cool gemacht, finde ich. Clear. Okay. Nee, nee. Ich habe jetzt echt überlegt. Ich wollte jetzt fast sagen, ach komm, starten wir den zweiten noch schnell. Aber wenn ich den jetzt anfange, dann will ich da bestimmt weiterspielen und dann ist es bis in zwei Wochen furchtbar, dass ich mich da zurückhalten will. Das machen wir lieber nicht. Also das kleine Mädchen hat sich alles nur vorgestellt, weil ihr im Museum so langweilig war. Das ist auch eine Interpretationsmöglichkeit. Das würde einiges erklären. Das kleine Mädchen hat irgendwie vor ein paar Tagen Star Wars gesehen und stand dann im Museum vor dem Bild und hat sich das alles ausgedacht. Das würde Sinn machen. Aber ich glaube eher, dass das quasi die Tochter von unserem Zwillingsbruder ist, die so heißt wie unsere Schwester, die ich ja umgebracht habe. Nachdem sie unsere Eltern umgebracht hat. Puh. Ich weiß, dass viele Gamer da nicht viel Patience haben. Zumindest das ist was Bishop, der Junge in der Videostore sagte. Da hat er recht. Habt ihr Hades mal gespielt? Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das kommt jetzt auch am Donnerstag endlich. Cool. Ich habe mal Control die Demo runtergeladen von der Cloud-Version, aber das Streamen, ich bin immer noch nicht überzeugt von Streaming. Funktioniert nicht perfekt, finde ich. Leider, leider. No More Heroes 2. Sehr cool. Sehr schön. Ich freue mich jetzt wirklich, wirklich drauf. Aber leider erst übernächsten Dienstag. Nächsten Dienstag ist wieder Mario Galaxy angesagt. Und übernächsten Dienstag starten wir mit No More Heroes 2. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Übernächster Dienstag ist schon der erste nächsten Monat. Das heißt, darauf folgen könnte dann am Freitag auch schon wieder ein Special-Stream sein, hoffentlich. Oder ziemlich sicher sogar der erste. Das heißt, dafür starten wir dann in der Woche gleich mit zwei Streams. Das ist noch besser. Noch ein Grund mehr, warum wir mit No More Heroes 2 warten. Na gut, Leute. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Hab mich wirklich gefreut. Cool, dass wir das durchspielen konnten mit geheimen Endboss. Das freut mich echt. Und genau. Bis nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt Mario Galaxy. Das auch echt cool ist. Und dann No More Heroes 2. Ciao. Gute Nacht zusammen. Bis zum nächsten Mal.